herzlich willkommen bei fortnight mit der blubber bläschen grüße gehen raus an wolf hallo hallo ja nur noch ihr seht es im countdown hier bei uns 19 stunden knapp 20 stunden bis zum final finales finale chapter chapter finale von chapter 4 sie sind old jean und ich sehe schon im hintergrund werden immer mehr dinge sichtbar jetzt ist da auch jetzt sind da auch lego steine zu sehen rechts in so musiknoten voll lustig eigentlich mittlerweile kann man auch schon sein lego account mit epic verknüpfen okay ganz da hinten in der galaxie sogar ein auto ich kann es auch nicht erkennen weil es echt weit weg ist es vielleicht auch schon aus lego oder ich weiß nicht oder es teased glaube ich den neuen modus an es soll ja mehr so racer modi geben ja soll mehr auto rennen richtige gescheite modis wohl geben vielleicht auch schon teaser dafür naja wie dem aussehen wir spielen jetzt hier noch looks vom battle pass so und spielen jetzt auch fürs finale dieser season und dieses chapter ist aber vor allem als auch og ist einfach jetzt wieder normales battle royale also mit bauen hier fürs finale geht es und ich denke wir werden 90 denkt also ich werde auf jeden fall noch 90 bestimmt bestimmt bis bis zum final also bei mir weiß ich nicht ob ich es noch schaffe aber bei dir auf jeden fall ja das doch doch dann wollen wir mal genau ach scheißen hausen ich hätte eigentlich auch den crew skin auch spielen können zeigen können habe ich aber noch nicht geschlotter den da der kam jetzt nur rein als crew schädelsperren besitze ich ja schon na dann legen wir mal los du will royal wir werden alle sterben so so wo sind denn alle menschen der welt hallo ja dann einfach runter wie immer ist es so und dann 200 schild muss ich tun sehr krass 200 schild muss ich tun äh ja weißt schon ich muss die tun ich muss zu tun hier nichts ist das ist richtig geil auch hier sind häusies was häusies häusies achja genau die aufnahme wie ist die ist die wieder beschissen oder ruckelt das nur in obs da muss ich auch mal wieder drüber schauen ich will dann gleich angehen aber es ist halt am pc trotzdem echt so herrlich gell ja ja klar ist pc nicht vergessen abzubauen stimmt wir haben jetzt wieder bauen da muss ich mich jetzt auch wieder dran gewöhnen oh ja echt so meine Güte jetzt äh ja aber das ist das muss jetzt schon sein wir haben sowieso auch ganz viel brav gebaut weil ogie sie sind das waren wir waren ganz haben wir ganz viele runden so gemacht das stimmt wir waren wirklich sehr brav bis sie dann halt plötzlich echt auch abfuck wurden und darum sind wir zu null bauen wieder gegangen und zwar auch mal wieder angenehm aber jetzt fürs ende ja irgendwo ist hier eine truhe die hast du noch nicht geöffnet und ich brauche sachen ich habe nämlich gar nichts hey du schlumpf ich habe das gehört da war gar nichts ach im keller ja was soll ich jetzt machen ich habe nichts du hast mich ich beschütze dich schon kein problem ich bin nämlich ein busch jetzt habe ich auch eine waffe kann ich mich in deinem busch verstecken das darfst du na densen antenne popel kopf fuß fisch ne weiß auch nicht manchmal laber ich sehr schlaue sachen das ist wichtig manchmal ja was ja lauerst du schlaue sachen ja ne 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 so das auto muss weg bread sandwich also warte brot sandwich ein sandwich mit brot belegt das kann man machen warum nicht so jagd repetieren äh seit wann habe ich ein ding hier ein jetpack verein dies ich habe ihn nicht getroffen hallo hallo sag mal spinnenweben junge das ist ein jagdgewehr bist du dumm hat der dich getroffen willst du mich spacken ja da geht doch man 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 los geht's was kann sein hinterher gesprungen oh man das würde ich nicht machen das wäre es nicht gewesen er echt so äh 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 also das ist ne Einzelschuss ne komm ich mach so ja komm ich mach so dann gibt's hier Bumsgranaten aber die das muss nicht sein ah da ist wer da ist was da auch zu bauen Patatateskafa was ist das für ein Name ist das der Pateska gewesen Pateska äh Pateska 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 jetzt äh auch hier in Fortnite würde mich nicht wundern man ist jetzt auch jetzt ist hier auch Eminem drin volles Abenteuer ein Bäumchen ein Bäumchen ums das ist richtig selten das ist richtig selten zum Glück stimmt ja das ist richtig selten ja ja deswegen ich würd gern mal woanders hingehen können wir mal hm 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 wir müssen da hinten hm hm wie wär das ja klar wir nehmen jetzt einfach den Nullpunkt zum Fliegen und fliegen und fliegen wir in die Richtung oder? mhm ok wenn du meinst dass sich das rentiert ja ich mein wir fliegen oder? nicht? meinst nicht? ich glaube soweit fliegen wir gar nicht aber ok hey sag das doch nicht da fühlt sich der Nullpunkt ja dann voll nutzlos und schlecht auch ja das wird ja auch bald sein haha is aber nicht gut hapsel trapsel hamsel trapsel die besten haps tropse hmhm glaub wieder keiner wissen das sieht schon so cool aus falls du auch ein bursch sein willst ich bin sowas von ein bursch Richtiger Buschkrieger. Huch! Yeah! Joaah! Gut, es geht, ne? Das sind Feindies. Oh nein, die sind so gut wieder. Hilf mir! Hilfe! Hilfe! Es ist Busch im Krieg. Ich hoffe das. Nein! Hä? Wo kommst denn du jetzt wieder her so schnell? Ich hasse alles. Ich hab aber auch echt die Behindertenwaffen für so ne Scheiße. Na gut, komm. Gehen wir nochmal richtig Vollgas. Und trink doch dein Fesli. Okay. Hast du vollkommen recht. Das ist ne gute Idee. Hä? 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 Ja, ja. Hm. Hm. Joaah. Salty Springs, oder? Echt? Mhm. Der salzige Frühling. Nee, Spring doch, oder? Frühling? Sommer? Nee, Spring ist Frühling doch. Müsste sein. Müsste sein. Weil es heißt ja auch immer, ähm... Spring Festival, oder? Achso. Weiß nicht, ob das so heißt. Spring Festival? Bums die Bums! Hier sind super viele schon wieder, ey. Oh, war gut. Alter, was ist das hier? Wir müssen das halt bauen einfach. Ja, du merkst, das sind viel härtere Lobbys, irgendwie. Das sind ganz andere. Ja, ja, ist einfach so. Das ist so crazy, ey. Selbst wenn die nicht so viel bauen, aber die sind irgendwie so aggressiver alle einfach. Ja. Ja. Joaah. Joaah, was weiß ich. Noch mal eine Reihen drauf dran, oder? Ja. So, Runde, so. Egal, nur noch mal. Ja. Da ist wieder was los, ey. Wahnsinn. Boah, was ist denn das? Ja, ich glaube, wir brauchen auch harte Geschütze. So voll die Raketenmeer von alles. Wir sind die Härte. Ich dachte, wir sind Raketen. Das sind wir auch. Wir sind auch, äh, voll der Hammer. Äh, das hat jetzt einen Hammer mit Raketen zu tun. Ja, Hammer, Tor und so, weißt schon. Also nicht so einen normalen, äh, Hammer. Ja. Das ist wirklich so. Mhm. Da ist Eminem, krass. Voll lustig, echt. Eminem. Und da ist, äh, Ninja. Da ist, äh. Da ist, äh. Ninja, halt! Der blaue Schlumpf. Der blaue Schlumpf. Weißt du bestimmt. Oh nein, bitte nicht wieder. Lass. Ja, wenn ich das, äh, Horror-Labyrinth schon immer sehe. Ich will zu dem Turm. Lonely Lodge ist doch viel interessanter, was ich da sehe. Mhm. Hm. Feurige Landung. Erste Landung. Gut. Jetzt wären doch Waffen geil. Der hat schon eine. Super geil. Ich hab jetzt einen Pilz gegessen. Ist krass, oder? Oh, das wird jetzt krass. Ein Superpilz. Ein Superpilz. Ist ja vorhin so ein Superpilz. Wo ich so super mache und bin voll, stark und groß und überhaupt. Genau. Oder so eine Feuerblume. Wär schon ein bisschen witzig alles. Ist das so? Was will ich denn jetzt mit zwei Sniperkäfer? Da. Ich bin so lang. Ich bin so lang. Lodge. Ja, und die komischen Bikes sind ja auch wieder da. Die Motocross. Deswegen warum auch immer. Immer voll vergessen zu zeigen. Die Motocross sind wieder da. Das ist so. Das ist so. Dafür sind, äh, was rausgeflogen nochmal? Flugzeuge. Die Flugzeuge, ja. Rausgeflogen. Ha, ha, ha. Die sind leider draußen, ja. Das ist schon. Ja. Das ist wirklich scheiße. Verstehe ich auch eigentlich gar nicht. Hä? Wer heilt sich? Wo? Hö, hö, hö. Bäm. Leifenschmeif. Ich habe den getötet. Und schön abprallen lassen. Ja. Geil. Voll mit durch Bande. Getötet. Ich habe den Stein, die Granate abprallen lassen. Das ist ja voll in sein Gesicht. Oh, gut. Das ist so. Nehmt mir die schwere Schrot. So. Das ist hier Schluss mit Lust. Wir brauchen auch ganz schwere Geschützis. Hier, Raketenwerfer, falls du Lust hast. Was hatte der da so? Hä? Das hat sogar mehr Sinn. Ähm. Komm, wir fahren mit dem Motorcycle Dingern. Motocrosses dann. Ich hole mir, ich hole das, wo der stand. Es stand doch hier irgendwo. Ja, da kann man erfahren. Wo bist du eigentlich? Ja, ich suchte Spike da. Ah, die schöne alte Lodge auch. Ach, bist du da unten? Bin ich das nicht? So. Der für den Raketenwerfer nicht. Wo ist der denn? Was soll der sein? Da links von dir halt. Da drin halt. Da drin halt. Ach, da. Yeah. Dann. Da sitzt du ja schon drauf. Das ist so. Yeah. Hoppla. Ich hab mich so gefreut. Ja, ja, das passiert. Das ist okay. Okay. Okay, let's fetzen. Jupsie Pups. Ups. Ups. Ach so, ja. Das ist ja kein Hoverboard. Ist ein bisschen schwierig. Mann, es kann ja nicht boosten. Das will ich. Ich muss auf jeden Fall wieder Hoverboard Stance machen. Stance. Gott. Hilfe. Hä? Wo zum Schlumpf? Bäm. Sag ich. Schluss jetzt. Oh, jetzt mal bitte aufhören mit dem Schmarrn da. Wirklich so, ey. Es geht halt auch nicht mehr jetzt. Wir haben es hier. Heilig. Zu gewinnen. Das ist so. Geht gerade. So. Schluss mit der Lust. Lustig. Lustig. Lustighaftigkeit. Lustig. Was ist denn jetzt unser Bike eigentlich? Ja, da. Wir sind ja richtig weit gekommen. Gegommen. Haha. Gegommen. Haha. Gommen Mode. Ach, der Reifen ist im Arsch. Ja, dann will ich es nicht mehr. Stürmgewehr. 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 So irgendwelche. Von die. Keine Ahnung. Irgendwelche komischen Araber. Tupis. Hey. Schluss. Schluss Sikowski sag ich. Oh krass. Oh krass. Yo. Krasse Fight Action oder was? Schluss mit der Kartoffel. Schluss mit der Kartoffel. Ja, hier. Das ist hier so. Wir sind hier nicht zum Grillen da. So, was ist denn die tollen Lootbox Kiste? Ich komme fliege. Aha. 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 Komm schnell zu mir. Ja. Ja. Schau voll die Spritzgeschichte. Dankeschön. Spidies. Spidermann Händschuhs. Soll ich die nehmen? Ja. Den kannst du doch ganz gut. Ja. Aber dann habe ich keinen Grenade-Werfer mehr. Ich habe halt eh keine Muni sowieso mehr gehabt. Cool. Wir sind hier im Beut. Wir sind hier im Beut. Und da gibt's Schwammerl. Ja. Das ist unser Schwammerl. Wollen wir uns jetzt rein? Aber nicht durch die Nase. Naja. Die Schatten ist aus, wenn du einfach so Fliegenpilze in der Nase stecken hast. Die schaut doch bestimmt voll lustig aus. Hm, ein bisschen. Vollgas in die Action. Es sind ja immer noch 40 Leute, was passiert denn da? Ist aber schon noch eine Menge, du. Hm, das ist echt so. Ein Hoverboard wär's wirklich geil. Dann würde ich feiern, dann mach ich wieder voll die Stunts. Du hast es wahrscheinlich noch nicht gesehen, die Hoverboard-Folge da. Hm, hm, hab ich noch nicht gesehen, ja. Ey, sagst du. Ich hab sie mir selber auch nochmal angeschaut. Boah, das sind wirklich krasse Trickshots gewesen. Hör mir auf. War schon krass. So. Jetzt sind wir ja wieder in Lonely Lodge. Willst du mich verarschen? Na super. Das hat sich ja voll gelohnt, hier rauszukommen. I am so lonely. Warte, warte. Ja. Sprach in der Bubble. Hey, da ist ja wieder ein Bike. Können wir mit dem Bike fahren? Genau, da haben wir es wieder. Das war voll der Hopsi. Also. Yeah. Lege Distanz zurück. Das schaffe ich. Jonas Defettis. Das macht mir ein bisschen Sorgen. Der killt ganz viele Leute. Der steht immer wieder unten links dran und ist ein Kronenträger. Das mag ich nicht. Das mag ich nicht. Schon wieder killt der Leute, schau. Der steht immer unten dran. Das ist, glaube ich, ein Agro Berlin-Typ. Da müssen wir aufpassen. Ja gut, aber wenn man vielleicht auch zu seiner Gang kann oder so. Und schon wieder. Das ist ja ganz gut. Das tun wir ja eben leider nicht. Vorsicht! Yes! War das krass oder was? Das ist, ich, hier, ähm, auf jeden Fall krass, was du da machst. Was war hier los, gerade? Hä, was war hier los? Die war gerade voll der Krieg. Ja, ja, voll. Jetzt? Oh ja, ich sehe es ja. Da liegt ganz schön viel Zeug. Ja, aber nichts Gutes. Da, es wird schon wieder geschossen. Ja, aber so viele Bäume, das ist ja einfach ein Scheiß. Das ist so. Player POM, okay. POM ist da unten. Ich kann ihn nicht sehen. Naja, lass weiterfahren. Oh, da hinten wird auch wieder kräftig gebaute Leckung hier. Wo? Ach, da. Ist das vielleicht die POM, alter Scheiße, was ist denn das? Woll ich jetzt mal Rackiege reinschießen. Direkt Headshots? Schieß mal hier. Ah, okay. Äh, okay, krass. Da ist ja alles im Arsch jetzt. Good Airby, cool ist tot. Komplett. Meine reinschießen. Scheiße. Oh, schade. Hier? Genau da, ja. Ich hab keine mehr. Ah, okay, dann lass fahren. Dann ist egal. Den einen habe ich weggenutzt. Das war voll krass gerade. Auf dem Motorrad, ein Hatcher mit der Snipe ist cool. Das war schon ein bisschen crazy shit. Wir haben auf jeden Fall... Das ist so lustig. Wir machen da einfach nur ein bisschen Unruhe und dann wieder, also dann Servus. Viel Spaß euch. Das ist so. Das ist so. Ja, Hauptsache wir... Ja. Halten die auf schwitzen. Das ist doch auch gut. Mhm. 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 Oh, der Kenyon! Oh, ja. Hier ist auch ein bisschen was passiert, wie man sieht. Mal sehen, ob wir da hochkommen. Ja, natürlich. Sehr gut. Hier ist Schi, Herr Bleimer. Ja, fühlst du erst dich schon. Können wir uns ja auch so ein Burgell bauen. Ein Burgell! Ja, aber ich glaub, das soll dir ziehen. Ich glaub, wir müssen gleich wieder weiter. Hm. Ah ja, so ein bisschen was. Hä? Was war denn das jetzt? Hä? Ich glaub, irgendwas ist mit den Baueinstellungen ein bisschen passiert. Das ist irgendwie ein Schmarrn. Ich kann schon bearbeiten, bevor die Wand da ist und irgendwie ist ein bisschen was komisch. Egal. Äh. Äh. Was ist das? Was anderes. Nö. Ja, wir müssen jetzt echt weiter leider. Wohin eigentlich? In den Canyon. Großartig. In den Canyon. Dann komm ich wieder hoch. Ja, aber unbedingt. Es sind noch zwölf. Leute. Dann wollen wir mal. Yes. Was? Was? Wir müssen hier hin. Hier seh ich schon Schüsse. Oh, Paradise Pollen. Okay. Das wird ja spannend. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Okay. Hm. Okay. Das wird spannend hier alles. Holy fuck. Scheiße. Die kommen hier zu mir. Scheiße, Alter. Oh. Oh. Oh mein Gott, das war so klar. Vorsicht. Vorsicht. Mann, ey. Ah, jetzt sehe ich sie, wo sie sind. Solche Pisser. Ja, da hinten unten. Die kommen jetzt. Die kommen an der Seilrutsche hoch. Einen habe ich genutzt. Der legt schwer. Da unten. Ja, lass. Da hinten sind auch welche. Okay. Ah, da. Irgendwie ist jemand Spidey hier rum. Das ist so. Okay, da. Puh. Äh. Ach da. Oh mein Gott, das hat wieder mein eigenes Holz abgeschossen. Das ist Kackspiel. Der ist im Sturm verreckt. Okay, auch nicht schlecht. Das sind nur noch zwei. Sind das nicht zwei einzelne Spiele? Teams übrig. Zwei. Na, scheiße, nee. Das ist wirklich noch ein Duo. Aber ich weiß auch gar nicht, wo die sind. Ungefähr da. Na, wir müssen runter, ne? Das ist das Problem, ja. Das ist das Problem. Das ist das Problem. Hey, die bauen nicht möglich. Halt's Maul. Hä? Wer schießt? Das war echt. Meine Fris. Da kommen sie Werden vor den Sturm gedrängt sind hinter dem Wohnwagen Oh, kommen wieder mit Raketenwerfer daher Oh, hier Stressor Wow Oh, leck mich, die stressen voll Ja, das war klar Die haben so gestresst Alter Falter Schade, dass wir jetzt keine Raketenwerfer mehr hatten Super schade Hätten wir jetzt zu dringend gebraucht Oh mein Gott, das war aber eine echt spannende Runde Was ist denn das alles? Der nicht? Ja, ich glaube Der war super spannend Ja, 90 geworden Das ist so? Ja, Glückwunsch Danke Oh, das war ein hartes Match Das ist so? Wahnsinn, Wahnsinn, Leute, echt Ja, dann Bis zum nächsten Mal Bye, bye Tschüss, tschüss Wir sind erst dann Bis zum nächsten Mal spicy Ein typische Die See us inde Bis zum nächsten Mal Bye Tschüss Bis zum nächsten Mal.